Die Schlacht bei Chateau-Dun am 18. Oktober 1870 zwischen Teilen der französischen Noirier-Mais und Einheiten des bayerischen I. Armeekorps unter dem Kommando von General von der Tann war eine Schlacht im deutsch-französischen Krieg. Chateau-Dun liegt knapp 50 Kilometer nordwestlich von Orleans. Die Armeeabteilung, die aus dem bayerischen Korps der 22. Preußischen Infanterie sowie der 1. und 4. Kavalerie-Division gebildet worden war, besetzte am 10. Oktober nach der ersten Schlacht bei Orleans die Stadt. Von diesen Verbänden waren nach der Einnahme von Orleans die 22. Infanterie und die 4. Kavalerie-Division abgezogen worden, um die Einschließungsarmee vor Paris zu unterstützen. Dabei erhielten diese Einheiten den Befehl, die Gegend um Chateau-Dun und Chartres von französischen Verbänden zu säubern. Befehlshaber der Franzosen war Colonel Fabier. Die Freischeller standen unter dem Befehl des Conté, de Lepowski. Generalleutnant Ludwig von Wittig erreichte mit seiner 22. Division und einigen Kavalerie-Einheiten am 18. Oktober 1870 den Ort Chateau-Dun. Der erste Versuch einer Einnahme der Stadt misslang, da die Stadt sehr stark verteidigt wurde. Von Wittig bereitete daraufhin den zweiten Angriff so gründlich vor, dass die Verteidiger durch die untergehende Sonne geblendet wurden. Die Preußen erreichten den Ortsrand, wo sie in einen langen und blutigen Häuserkampf mit regulären Einheiten und Freischellern verwickelt wurden. Dieser Kampf dauerte noch bislange nach Einbruch der Dunkelheit an, bevor sich die Franzosen ergaben. Nach diesem auch irregulär geführten Kampf wurden an einigen aufgegriffenen Einwohnern Strafmaßnahmen vollzogen. Teile der Stadt wurden dabei in Brand gesteckt. Die Stadt Chateau konnte am 21. Oktober ohne größere Kämpfe eingenommen werden. Die Kämpfe führten beim Deutschen Oberkommando zu der falschen Annahme, dass sich größere feindliche Verbände in dieser Gegend aufhalten müssten. Tatsächlich waren aber das 15 und 16 Chor noch an der Leure bzw. bei Cyprus.